okay was geht ab man frisch vom urwald jetzt sind wir hier im beton auf jeden fall ging es ja darum dass wir die bälle drehen jetzt okay wir sehen uns später ne schichalons eine ballklau was geht ab man mitten aus dem urwald jetzt sind wir wieder mitten in der city wir sind hier im graffitiland guck mal guck mal so was haben wir in urwald nicht entdeckt aber dafür haben wir viel mehr bälle hier er gibt gar keinen sinn den kenne ich doch man ja okay was muss ich noch sagen was schminkt ihr meine nase nicht was drehst du es geht ab wer bist du der ball ist gleich kaputt ich glaube er ist kaputt oh nein jetzt hast du sowas in die hat gedrückt du was soll denn das 20 prozent auf allen brillen das war ein unfall das war eine schöne fahrt ja hat spaß gemacht das war ein cooles